Auf dem Spielfeld, ich hoffe ihr seid bereit und los geht's. Meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Topspiel Deutschlands gegen Ghana eigentlich. Aber Ghana gibt es bei FIFA 14 leider nicht als Mannschaft, deswegen haben wir als Ersatz Kamerun genommen. Aber stellt euch einfach vor, das sei Ghana und heute ist das Topspiel. Wir wollen hier den Sieg nach Hause fahren, nachdem wir in der letzten Partie 0-0 leider Gottes gespielt haben. Und jetzt wird es richtig dramatisch. Natürlich gibt es jetzt gleich die Nationalhymne und wunderschöne Bilder von unseren Teammitgliedern hier auf dem Spielfeld. Ich hoffe ihr seid bereit und los geht's. Die gehören auch zu Deutschland, ne? Ja. Ja, bei mir im Keller. Hast du in der Kamera ruhen gelassen? Tobi, wie lange hast du darauf gewartet, dass du den bringen kannst? Und so passen Ball jetzt nicht mal. Weißt du, wie der Typ aussieht wie Etienne Gardet? Ja, genau. Oder? Das wollte ich auch gerade sagen. Wenn der das hört, ne? Ja, sorry, aber so ein bisschen. Wollte ich aber auch sagen. Am nächsten Readme bist du dabei. Klar. McDonalds. Kannst du gar nicht lesen. Und schottischer Schiri. Krass. Ja, Leute, hier die Aufstellung 422 spielt Deutschland mal wieder. Und ich denke mal auch Ghana. Also stellt euch vor, es ist Ghana, aber es ist wie gesagt Kamerun, weil Ghana gibt es in FIFA 14 nicht. Und dieses WM-Update gibt es nur für Ultimate Team. Bitte eure Tipps jetzt in die Kommentare für diese Partie und für die reale Partie schreiben. Also Ghana gegen Deutschland. Und da spielt ihr unter anderem bei Ghana spielt der gute Boateng mit, der auch bei Schalke, glaube ich, spielt, oder? Ja. Ich finde Boateng eigentlich, nachdem ich das Bushi-Interview gesehen habe, eigentlich ganz sympathisch. Ja, ist er auch. Los geht's hier. Ja, dass Ghana mal vorkommen. Ich bin jetzt gerade nicht anspielbar, ne? Das ist für euch klar. Warum? Kevin? Weil ich gerade meinen Spieler umstellen muss. Das habe ich oft genug gesagt. Oh, jetzt bin ich da. Macht der in der Partie, Alter. Richtig als auch. Das ist FIFA. Hier oben. Ja, ich habe... Tröcke! Nice, 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 nice. Tobi, komm! Oh, faul. Ich wollte zu dem nach oben spielen. Ich drück nach oben. Komm, hör auf, hör auf. Trie, dann. Mein Controller ist raus. Moment. So, jetzt. Hier ist immer verkackt, ey. Entschuldigung. So, jetzt komm, komm, jetzt. Na, dieses Spiel wollen wir definitiv gewinnen. Ja, natürlich. Ja, Deutschland, hallo. Oh, schön. Nice, 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 nice. Komm, 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 komm. Tobi, weiter! Oh, ich hätte noch gehen müssen. Fick, ey. Du bist schön anzusehen. Aber schöne Vorbereitung hier, guck mal. Schusshaltung war aber schlecht. War einfach schlecht von ihm. Das nennt der Abiturient Antizipieren. Hast du die Kommentatoren an? Ne. Das ist aber der schrecklichste Spruch in FIFA ever. Puh, ich dachte gerade schon, Mafuyu. Oh, das ist gefährlich. Oh, nice. Die Bayern. Die Bayern. Ah, ja, ja, ja. Leute, jetzt mal mal den Spiel, mit allergienzellen anstrengen. Hör mal auf, bitte. Ich hab keine. Dein Gesang ist so schrecklich. Ich mir lieber, oh, schieß Glaser an. Ja, TNT hörst du lieber an, ne? Alter. Siehst du? Leute. Ja, genau. 1 zu 0 für Ghana, beziehungsweise Kamerun in dem Fall. Hier nochmal das Tor. Hat den mit der johannese schon jemand gebracht heute? Ja. Sascha, ne? Hatten wir auch schon vorher eine Folge gebracht. Ja, wir können uns ja nicht konzentrieren hinten, das bringt ja nichts. Eben. Das ist ja allein Kevin, Kevin. Ja, wenn ihr die ganze Zeit hier, bitte was? Scheißt. Ja, ja. Jetzt ruhig, Leute. Wir sind schuld. Zusammen reißen. Ich hab gesagt, ich hab dünnschüß. Komm, in die Mitte, Mitte. Elektro-Titel. Ja, toll, Kevin. Elektro-Titel-Witz immer noch. Natürlich. Paros, ey. Ne, 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 ne. Bedrückte Stimmung im Stadion. Auch von dem Entschleidern, das leckt hier so rum. Ach so. Ist die immer wieder da oder was? Oh, ja, dass du kommst. Oh, oh, Dennis. Oh, Dennis. 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 Komm, Tobi. Tobi! Tobi! Ich konnte nicht schießen, weil ich irgendwie nicht am Ball war oder doch? Nein. Schade. Ja, ich wollte eigentlich zu dem nach ganz oben, aber da macht er nicht hin. Dezentes Abseits. Schade. Kommt schon, Leute. Anschlusstreffer. Ich bin der Ausgleichstreffer, bitte. Ich weiß. Ho, 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 ho. Ja, ja, komm. Nein! Ernsthaft, Ernsthaft. Ja. Tobi! Was macht die denn? Warum renn ich denn oben rum? Alter, besser als Frankfurt, Alter. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Na, jetzt, ey, komm. Habe ein Curry. Nein. Oh, Taros. Oh, nein. Eckball. Hey? Oh, stark. Dennis, hier. Köln. Bin gespielt. Komm schon. Oh, schade. Alter. Unser, unser, unser. Feind ist es mal. Hätte Schigi sein können, ohne Scheiß. Das ist ehrlich so, ey. Schön. Kein Ding. Oh, ja. Der meiner kann nicht flanken, das ist halt echt das Problem bei neuen Pros, ne? Wir haben alle neue Pros. Ja, außer die Gegner. Kannst du klicken, wie die Knicklichten? Ja, der Major. Richtiger Typ. Jawohl. Das war gut. Also, ich geh. Okay, passt auf, passt auf. Ich stehe einfach unten am Strafraum. Tobi, schmeißt du dir, Tobi, schmeißt du dir. Na, Tobi. Na, komm. Oh, die Bayern. Komm, komm. Jetzt. Oh, nein. Stark geverteidigt, stark verteidigt. Ich dachte, du wolltest sagen, starker Pass von mir. Ja, das auch. So ein bisschen. Oh, das war gut gespielt. Lenno. Lenno. Und das ist es. Nein, nein. Nein, 2-0. Mann, ey. Weißte Peter Uhrmann. Entlassen. Ding ist, wir verkacken gerade voll auf ganzer Linie, ey. Wir müssen jetzt nicht mal. Ja, nur gar nicht. Und das Tor. Es bleibt noch genug Zeit für den Anschluss, Traffer. 2-0 für Ghana in dem Fall. Bam. Bam. Da hat ja wohl Ghana mit gerechnet, wa? Nein, Tobi. Einfach nur nein. Nein. Nee, komm. Oh, Dennis. Toll. Sascha, nimm mal einen Pimmel in den Mund und sei einfach ruhig. Hast du was zum Lutschen? I. Mitte. Doppel I. Ah. Ja, gut. Und Dennis. Nein. Und Dennis. Was ist das denn? Was ist das denn? Nein. Kevin, bist ein bisschen hibbelig gerade. Nee, das ist echt doof. Oh, Sascha. Ey, wie ich? Ja, ja. Dennis. Geht nix zusammen heute hier. Ich hab da jetzt ein bisschen Verzögerung. Ja. Ja. Patrick A. V. Der ist ein. Ui, 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 ui. Aufpassen, aufpassen. Ah, das 3-0, pass auf 3-0. Ja, 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 ja. Bin grad, ja, ja, ja. Nee, das ist das klatsch. Deutschland kackt grad richtig ab, Leute. Das ist schwach. Muss man mit Oliver Bierhoff reden. So geht's ja nicht. Und hier das Tor. 3-0 für Ghana. Ah, nee. Ja, trotzdem erst galaktisch gutes Tor. Kopfballtor. Ganz gut ist, wir haben noch ne Halbzeit. Wir können auch drei Tore ründer schießen. Also in der Verfassung gerade nicht. Weil alle drauf konzentriert sind, die lustigsten. Ruhig, ruhig. Ja, ja. Alter. Jawoll, ich wollte's grad sagen. Ich wollte's grad sagen. Gibt's auch in die Fresse. Grauhaar, gut gepfiffen. Kommen Sie mal runter, ey. Guck mal hier. Und? Also, boah. Also, komm. Pass Sie gleich mal an die Eier da unten. Die doppelte Wiederholung natürlich noch mal für euch. Grab. Guck mal hier, zack, Achtung. War doch alles da. Hier fangt der Eier, Mann. Ja, hau rein. Ja, 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 kommt schon, Mann. Kommt schon. Hä, wie hast du das denn gemacht? Vollstand. Yes. Tobi sitzt gerade auf mich drauf, Anne doch nicht. Aber Tore. Kommt, Alter. Hä, wie hast du das gemacht? Einfach kurz X angetippt. Achso, ne, ich... Mann, das Tor, das sah irgendwie komisch aus. Geil. Egal, Hauptsache, Hauptsache jetzt wieder da. Hier nochmal die perfekte Perspektive und... Da. Schön, 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 schön. Kommt, Leute. Kommt, jetzt. Was? Drei zu eins. Wer hat das Tor geschossen? Ist egal. Weiter geht's, weiter geht's. So, hoch. Hö, nochmal. Komm mal. Sauber. Stark, kraftig, sticht die Mitte. Jetzt gleich noch eins. Das war im Besten. Komm, 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 komm. Ja, der ist gut, der ist gut. Ja. Alter, geil, geil. 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 Da, da macht's die Größe auch noch Zeit. Kommt, kommt. Weiter, weiter, weiter. Ich komm immer. Bitte was? Immer? Immer. Schön. Ach. Ja. Wir machen jetzt nicht 3-3 in der Halbzeit. Alter. In der Halbzeit nicht mehr. Kann. Ich kann nicht mehr. Na, das leckt's gerade ein bisschen bei mir. Na, das vorhin bei mir auch gut. Das passt schon. Der ist weg. Oh, der kommt jetzt hier. Der ist weg, der ist weg. Wollte mich in der Tat auch, wenn andere aus meinem Team ein Tor erzielen. Gar nicht wahr. Röfter Klank. Hör auf zu lügnern. Oh Gott. Komm schon. Ja. Jawoll. Und jetzt nach vorne. Hast du noch was? Schön. Nein. Oh, ho, 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 ho. Oh, Taros. Kiert. Ich bin auf jeden Fall mehr auf Ballbesitz. Bin sehr spritzig. Boah, ne, hör auf mit der Dame, Alter. Das war so schlimm. Schön. Komm schon. Komm, Flank, Flank, Flank rein, Tobi. Komm. Oh, die Ballbesitz. Ja, 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 ja. Ein bisschen zu wenig. Ein bisschen viel Rücklage gerade. Scheiße. Und versucht Ghana jetzt hier das... Ah, das Tor zu erzielen noch. Aufbau spielen. Niemals, niemals. Niemals. Bäschen nach vorne, sehr gut. Schön. Uh. Ah. Hä? Ach, Siri, komm, bitte. Ey, Grauhaas. Auffassen, auffassen. Guck mal runter, ey. Oh nein. Also klar. Jawoll. Nein, lass doch laufen. Was für eine Arsch du bist. Egal, zwei, drei. Aber egal, wir sind wieder dran, ey. Sauber. Was ein dramatisches Spiel hier. Drama, Baby. Jetzt gibt es die Halbzeit und das heutige Journal mit Klaus Kleber und Untergundler Coase. Und die Tieren. Die hat immer Hack zu Hause. Genau. Hier die Highlights, meine Damen und Herren. Pass auf. Ja. Und der kommt da vor. Und der kommt da. Und der ist jetzt 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 da. Oliver will und das ist hoch verdient. Oh, jetzt habe ich die Statistik wieder gedrückt. Gerade. Also bei mir auf dem Kanal kann man die sehen. Bei mir auch. Da, fortsetzen. Ich glaube, die anderen warten immer extra. Oliver. Ich finde schade, dass es so hier überhaupt kein Chat gibt, wo man so zwischendurch was reinschreiben kann. Das ist echt ein bisschen. 20 Sekunden. Früher gab es das mal bei Pro Evolution Soccer. Das war ein bisschen. Monika. Was ist denn euer Tipp für das reale Spiel? 4-0. 4-0. 4-0. Ja, 4-0. Ich sage, Deutschland gewinnt knapp 1-0, wie damals, als Özil das Tor geschossen hat. Wir haben ja schon mal gegeneinander gespielt. Ja, habe ich ja gesagt. 4-0. Gana ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Gana ist. So, es kommt jetzt. Alles daran setzen hier. Wir sind Gana hat mal so schlecht. Gubi, den hast du gerade schon gebracht? Ne, den habe ich überhaupt nicht. Und du gerade warst nicht lustig. Ah. Ne, 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 ne. Warum kommt der Tor war da nicht raus? Oh, Vorsicht. Nice, 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 nice. Raus. Schön. Sascha, jawoll. Unten. Nochmal. Nochmal, Dennis. Hier unten. Sauber. Ich laufe hier durch die Mitte. Hau hoch, hau hoch. Komm. Komm. Oh nein. Haben wir, haben wir. Ja. Komm mit. Mach rein. Jawohl. Komm, Sascha. Nein. Der Tor ist so einsatz. Wie hat der ihn verschossen, ey? Alter. Oh mein Gott. Ins Abenteuerland, Alter. Weiter, weiter, weiter. Komm mit. Ins Abenteuerland. Hör auf zu singen, konzentrier dich. Ach, nein. Was war das denn? Ja, was? Och, nee. Komm, 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 komm. Liga. Karos, du warst im Abseits. Nein. Ich war der, der den Kopfball da gemacht hat. Penner, ey. Dennis, du warst im Abseits. Nein, ich hab den Rückball gemacht. Tobi. Du fliegst aus der Mannschaft. Nein, ich hab den Rückball gemacht. Ich kann's gar nicht gewissen. Sei scheiße geil. Genau. Nee, Quatsch bin ich von der Seite an, oder? Guck mal, wird's die Cocknuss, oder was? Abseits ne Cocknuss, bitte was? Sind wir hier bei Niederlande gegen... Nee, nee. Geht die Pizze in, oder was? Komm. Komm, ey, fick dich. Dennis Abdel-Farag, Alter. Nadel, Alter. Oh. Die Nadel im Heuhauf suchen. Ach, war geil. Komm, hier oben. Bitte. Schön, wunderschön. Nice, 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 nice. Mach da, mach da, mach da, mach da, mach da. Nein, das ist gar nicht. Nein, der Karos, ne, der ist zu nichts zugebrochen. Den super Konter eingeleitet. Der kann die Cocknuss der Spieler in der Kabine ablecken. Das kann er gleich. Ja, ja. Das sagt der, der beim Abseits steht. Geh ich doch gar nicht. Oben. Komm hoch. Aha. Nice, 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 nice. Komm. Alter, ich dachte, der macht ein Eigentor. So wie Marcelo? Ja. Oh, das tat mir so leid eigentlich, ne? Ne, mir nicht. Mir schon. Der hat immer so eine große Fresse, hat er schon verdient gehabt. Ne. Sie haben ja noch ein Elfmeter geschenkt bekommen, wenn ihr passt. Ne. Ja, Alter. Ganz klar, eigentlich rot. Kannst du nicht bringen, kannst du nicht bringen. Guck mal. Eine klare Rote. Eine klare Rote. Neymar? Ja, wir wollen es nicht nochmal sehen. Warum zeigen die das immer doppelt? Guck mal, ob das jetzt nicht von dem Spieler. Dann gibt es doppelt. Dann gibt es doppelte Karten. Letzteste Minute. Lauf. Guck mal, ein Spieler an der Zukunft halt ich. Ja. Tobi zieht drauf. Oh. Alter. Komm, jetzt Eckball. Yo, 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 yo. Go, 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 go. Den habe ich, den habe ich. Ja, ist gut. Oh. Der Torwart. Heilon. Sieg der. Aha. Rauf da. Genugelt. Oh. Der spielt nie ab, habt ihr das mal gemerkt? Naja. Klar, der weiß warum. Ey. Nein. Ah. Unten bin ich durchgegangen. Ja, ich habe es auch gesehen, als ich gedrückt habe. Du bist immer zu spät. Bob oder Guium, Alter. Was? Paul. Ja. Lass mal weiterlaufen, Alter. Mir zeigt noch, weißt du. Hast du geschehen, Junge? Richtig. Ja, dann. Oh, dann auch mal Knie, ey. Guck mal, hier bin ich bei Schuss. Ich habe mich gerade getroffen, Alter. Ja, 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 ja. Geil. Ja. Der beste Sprechschuss ever. Ihr wisst, dass wir, äh, die letzte Minute sind. Denn es, wir können lesen. Wir waren nicht bei Baumschule. Wie ihr wieder über Hauptschule redet, weißt du? Ne, ich habe gesagt Baumschule, nicht Hauptschule. Geh es direkt an. Ja, wir erwähnt. So, wir kommen. Tobi, jetzt komm. Mach uns glücklich, Tobi. Tobi. Oh Gott. Ja, wo wart ihr denn? Ja, ich war unten. Wir waren immer unten. Wir waren uns in Darmstadt. Meinen Darm reinigen. Was? Boah, die Witze sind noch älter als Emma. Warum redest du die ganze Zeit von Emma? Was ist los mit dir? Hast du Druck auf die Pumpe? Schön. Schön. Das Schakoff. Was? Was machst du denn? Was geht mit ihr? Ja, nicht gut. Nicht gut. Komm, Tobi. Ne, der war stark. Meine Damen und Herren. Peter Urban. Messe ist gelesen, meine Damen und Herren. Ich nehme diesen Preis nicht an. Nein. Fehler, Fehler, Fehler. Stellungsfehler. Alles gut, alles gut. Komm. Hier, hier. Komm da nicht durch. Oh nein. Warum laufen sie denn immer so zusammen, Alter? Ich bin da zuerst gelaufen. Wir mögen uns. Alter, wie er mich natzt. Glaube ich spinn. So, komm. Ach, das kann. Was macht der denn für Pässe? Richtiger Pro, ey. Meiner geht, glaube ich, gleich den Bach runter. Ja. Kommt meiner natürlich mit. Ruhig, Sascha, ruhig. Oben. Schieß. Schieß. Oh nein. Aber meiner geht natürlich nicht hin. Kriegst du viel, ey. Krieg ich Kretze, ey. Boah, meine Kondition. 79, Alter. Kommt schon ein Tor. Ja, meine auch. Äh, stell mal auf offensiv, Kevin. Mr. Dorison. Mr. Dorison. Oh, Alter. Bitte putzen Sie das Teammanagement auf offensive. Kommt, Jungs. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Oh. Abseits, abseits, abseits. Ah, nee, war gar nicht abseits. Nein. Nein, 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 nein. Timme, Timme. Alter. Kommt schon. 81 Minute. Verliert Deutschland hier dieses Spiel? Kann nicht sein, kann nicht sein. Euch. Ja, abseits, verdammt, Dennis. Nein. Ja, sackhares Breit, ey. Komm, komm, komm. Ja, ist doch gut. Alter, wie konditionell kaputt die sind. Komm, komm, ruhig. Da oben, Tobi. Oben. Tobi, mach rein. Nein, Leute. Nein. Oh nein. Vielleicht die letzte Chance gewesen. Das war cheesy einfach. Oh, oh, oh. Oh, oh. Da unten ist einer komplett frei. Vorsicht. Sehr gut. Nein. Nein. Weg, 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 weg. Dennis, du bist im Abseits. Mann, ich weiß es doch. Jetzt komm, Alter, ruhig. Hier unten, unten. So, ja, spielt, spielt. Äh, Tobi. Nein, das kann nicht wahr sein. Der Tauers kriegst den Ball nicht nach vorne. Ja. Oh, Mann, der kann nicht mehr laufen. Jawohl. Er war tot. Ich bin ein, ein... Hier durchs Armen. Ich bin Sporting. Komm. Tobi, Tobi. Mitte. Dennis, komm, Dennis. Ich bin zu langsam, ey. Das ist der Hammer. Gar keine Kondition mehr. Das ist komplett weg. Komm, hier unten, unten. Komm, Rie. Nein. Ruhig, ruhig, ruhig. Wir haben so viel Platz. Geht doch nicht beide dahin. Komm schon. Nein. What the fuck? Komm, da, komm, da, komm, da, komm. Rie, in die Mitte, komm. Flank rein. Komm schon. Nein. Eckball, Eckball. Ecke, Eckball. Torwart nach vorne. Ja, geht nicht. Ich gehe in den Rückraum. Ey, Leute, wir müssen das Ding, wir müssen das Ding packen, komm. Nein. Nein. Penis. Rauf, drauf, drauf. Ach, verdammt, das war's. Das war's Ende. Die Bayern. Ja, das war's. Raus im Halbfinale der Champions League. Was? Keeper, geh doch dahin. Deutschland hat verloren gegen Ghana. Nein, ey. Das war eigentlich gar nicht. Nein, ey. Komm. Nee, fickt euch doch alle. Das Spiel zählt gar nicht. Das war gar nicht Ghana. Ich bin nur verarscht. Drückt die Stimmung hier auch im Netflix Play. Das war so unverdient. Bitte schreibt eure Kommentare jetzt unter dem Video, wie ihr das Spiel fandet. Das war aber wirklich unverdient. Ich hatte viel bessere Chancen. Ohr. Ohr. Ja, und natürlich gleich noch die Highlights von dieser Partie. Glückwunsch an Ghana, beziehungsweise Kamerun. Und dem Nasenmann. Viel Spaß noch. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin zur nächsten Folge von Let's Play FIFA 14 mit der Weltmeisterschaft. Und unseren Prognosen. Bye, bye. Ja. Prognosen. Ich geh jetzt Basketball spielen. Tschüss. NBA. Minikoll. Weitwitzner. die Weltmeister ch Έ translateswith. Lieber du Çafer auf die Weltmeisterschaft. Und du過st ein Doktor als Knochen einmal coordinated. Wir das in die Weltmeisterschaft – ein Knochen centraиком. Wir haben delete meinen Kunden verset von consumers. Du��면 das in eine Weltmeisterschaft einfach multif systemic. Und das war super. Und du von derivative EV som Chance . Und das in deinem Motiv système wird interactive. Musik Musik